hallo liebe eltern und ein liebes hallo und alle freunde des schuh wie du youtube kanales und sowieso an alle interessenten und abonnenten desgleichen zur feier des tages oder weil es einfach wieder mal not tut habe ich mir gedacht ich rede man nicht nur über einfarbige schuhe bei vielen dingen fast mittlerweile alles nur noch unifarben alles nur noch glatt leder alles nur noch eintönig und so weiter ist es aber nicht natürlich muss man immer sagen man hat wenn man jetzt ein kinderschuhgeschäft führt immer die die große qual der wahl was kaufe ich ein wenn ich dann sozusagen auf die messen gehe und natürlich möchte man immer viele geschmäcker sozusagen befriedigen und das klappt natürlich mitunter mehr oder an oder auch besser oder auch weniger gut man muss es einfach dann sehen aber so dass man zumindest einen tollen querschnitt hat so und wir haben zum beispiel für unsere kleinen girlies für unsere richtig dies gerne mädchenhaft wollen wo jetzt vielleicht die funktionalität nicht so im vordergrund sondern stets sondern einfach nur die optik gibt es zum beispiel diese süßen modelle von agatha ruiz de la brada wie der schmeichelnde name schon sagt ein wunderbares design für mädels die so richtig von herzen kommt also richtig so schön verspielt mit applikationen feenstaub versehen um nicht zu sagen so glitzern und das ist natürlich noch nicht alles auch hier kann man muss sagen oh ja schöne glitzer für kleine wie auch für größere mädels und ich zeige auch mal hier auch wenn der so relativ bullig ausschaut aber der hat eine mega weiche sohle ja sehr schön weich knautschiges lackleder hier vorne oder wie sagt man so knautschlack ja es ist kein reines steifes leder muss man wirklich so sagen ihr seht auch ich kann hier vorne drauf rumdrücken wunderbar weich insgesamt der schuh und natürlich mit einer super ansprechenden optik der macht richtig was her und wem das alles noch nicht genug glitzert da kommt er der eyecatcher schlechthin also hier muss man ja nur sagen noch mehr geht nicht auffälliges pink in der kombination mit einem wunderbaren glänzenden blauton den wir hier haben und natürlich die full iminante stickerei also mädels jetzt habe ich es euch gezeigt und jetzt bin ich gespannt ob ich euch damit hinterm ofen vorlocken kann oder vom schreibtisch vom laptop wie auch immer wo die mädels heutzutage hingucken das wäre doch mal was richtig cooles für richtige absolute girlies ihr seid herzlich willkommen wir würden uns freuen euch damit zu begeistern weil wie gesagt einfarbig kann jeder wird auch gerne genommen aber die geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden also bis dann ich würde mich freuen bis bald